Setz dich hin oder leg dich hin, was du gerne am liebsten magst, und schließe die Augen. Atme dreimal tief ein und aus und mit jedem Ausatmen lasse die Schultern tiefer sinken. Spüre, wie Anspannung sich löst und die Leichtigkeit mehr und mehr Raum findet. Nimm deinen Körper bewusst wahr. Wir werden nun den Körper vom Kopf bis zum Fuß entspannen. Richte die Aufmerksamkeit auf meine Worte und versuch deine Aufmerksamkeit, solange es geht, auf die Körperstelle zu richten, die ich aufsage. Und konzentrier dich jetzt auf deine Augenbrauen. Nimm deine Augenbrauen bewusst wahr, ohne bewusst etwas zu verändern. Nur wahrnehmen und spüren, wie deine Augenbrauen sich anfühlen. Nimm nun deine Augen wahr, deine Augenlider, die Augäpfel und wie sich deine Augen entspannen und sich nach rechts und links weiten und wie der Druck sich in deinen Augen löst. Gedanken, die auftauchen, atme sie aus und lass dich bewusster auf die Leichtigkeit ein. Konzentrier dich nun auf deine Stirn und spüre, wie mit jedem Einatmen die Stirn kühler und kühler wird. Richte nun deine Aufmerksamkeit zu deiner Kopfhaut. Nimm die Haare wahr, nimm deinen Schädel wahr und wie sich dein Kopf nach rechts und links weitet. Und versuche nun mit deiner Aufmerksamkeit tiefer zu gehen, zu deinem Gehirn. Nimm bewusst dein Gehirn wahr, die Spannung deines Gehirns. Und wie durch deine Aufmerksamkeit die Spannung sich mehr und mehr löst und du tiefer und tiefer in dein Gehirn rein spürst und die Leichtigkeit sich ausbreitet, wie Druck sich nach rechts und links weitet. Und du die Gedanken ausatmest und dein Gehirn wahrnimmst. Wie sich diese Leichtigkeit zu deinen Ohren ausbreitet. Deinem Kiefer entlang bis zu deinem Kinn. Spüre auch deine Zähne, dein Zahnfleisch und wie sich dein Mund entspannt. Und vielleicht entspannt sich dein Kieferbereich und dein Mundbereich so, dass dein Mund sich leicht öffnet und die Luft leichter entweichen darf. Spüre nun deinen ganzen Kopf, wie sich dein Kopf entspannt, die Entspannung sich ausbreitet und langsam den Hals heruntergleitet. Nimm dein Hals wahr, die Halswirbelsäule, wie sich dein Kehlkopf entspannt. Und wie sich diese Entspannung zu deinem Nacken, zu deinen Schultern ausbreitet. Nimm wahr, wie mit jedem Ausatmen deine Schultern tiefer und tiefer absinken. Wie die Spannung im Nackenbereich sich löst und die Schultern sich entspannen. Spüre, wie die Entspannung die Arme entlangläuft. Wie die Muskulatur sich entspannt. Wie die Muskulatur sich entspannt. Wie die Knochen. Wie jede Zelle deiner Arme sich mehr und mehr entspannt. Und sich mehr und mehr weiten und diese Leichtigkeit zu deinen Händen gelangt. Nimm nun bewusst die Finger wahr, die ich aufsage. Spüre nun deinen rechten Daumen. Deinen linken Zeigefinger. Deinen rechten Mittelfinger. Deinen linken Ringfinger. Und deinen rechten Zeigefinger. Und deinen rechten Leichtigkeit. Spüre nun deinen linken Daumen. Deinen rechten Zeigefinger. Deinen linken Mittelfinger Deinen rechten Ringfinger Und Deinen linken Kleinfinger Spüre, wie Hände und Arme vollkommen entspannt sind Richte Deine Aufmerksamkeit nun zu Deinem Brustkorb Und der oberen Rückenhälfte Spüre die Wirbel Spüre Deine Lungenflügel Wie sie sich mit Luft füllen Und Luft loslassen Spüre, wie die Luft von alleine eingeatmet wird Und ausgeatmet wird von Deinem Körper Überlasse Deiner Lunge die Arbeit Beobachte einfach Wie sich Dein Brustkorb hebt und senkt Und vielleicht nimmst Du auch Dein Herzschlag wahr Spüre bewusst Dein Herz Ohne zu beeinflussen Nur zu spüren Wie Dein Herz schlägt Und Dir Leben schenkt Indem es das Blut Durch Deinen Körper Fließen lässt Lass die Gedanken los Und spüre, wie Dein Bauch sich entspannt Wie die Entspannung vom Brustkorb Runter bis zum Bauch geht Und die Wirbelsäule Hinunter, hinunter, hinab Der untere Rückenbereich Auch mit Entspannung Die Entspannung sich zulassen darf Und unterer Rücken- und Bauchbereich Sie stärker miteinander verbinden So dass die Leichtigkeit Im ganzen Bauchbereich zu spüren ist Mit Leichtigkeit Dein Magen wahrnehmen Nimm bewusst die Leichtigkeit In Dein Magen wahr Lass die Spannungen los Und lasse die Leichtigkeit Stärker zu Und lasse nun Dein Körper Von alleine Ohne große Anstrengung Ohne Dein Zutun Deinen Magen Und den restlichen Körper Den Du bis hierhin Entspannt hast Weitermachen Und geh nun mit Deiner Aufmerksamkeit Weiter Zu Deiner Leber Nimm bewusst Deine Leber wahr Die Nieren Die Nieren Wie sich die Nieren entspannen Und so gut und so weit Es Dir möglich ist Auch Deinen Darm Wahrzunehmen Wie die Spannung Sich im Darm Löst Du Deinen Darm Wahrnimmst Ansonsten Richte Deine Aufmerksamkeit Einfach zu Deinen Bauchbereich Und lasse nun die Atmung Zu Deinen Bauch hinunter fließen Den Du einatmest Den Bauch ausstreckst Und beim Ausatmen Dein Bauch Sich senkt Und richte nun Deine Aufmerksamkeit Zu Deiner Hüfte Nimm die Unterlage unter Dir wahr Spüre Deine Hüfte Und spüre wie sie sich nach links und rechts ausweitet Wie sich Deine Hüfte entspannt Und nach links und rechts ausweitet Und lasse die Gedanken davonziehen Und richte Deine Aufmerksamkeit zu Deiner Hüfte Wie die Muskulatur um Deine Hüfte herum Sich entspannt Wie Dein Becken sich entspannt Und wie sich nun diese Entspannung Tiefer hinab bewegt Als Fließen wahrnehmen Die Beine entlang Spüre wie die Muskulatur sich entspannt Deiner Beine Versuch jede Zelle Deiner Muskeln wahrzunehmen Jede Sehne Jeden Knochen Und entspanne auch Deine Knie Nimm bewusst wahr Wie Deine Knie sich entspannen Spüre von der Hüfte Bis zu den Fersen Deine Beine Und spüre nun Deine Füße Von den Fersen bis zu den Zehen Nimm bewusst Deine Füße wahr Die Sehnen Die Muskeln Und wie Deine Aufmerksamkeit Bei Deinen Füßen ist Nimm die Gedanken oder Gefühle wahr Die aufgetaucht sind Und lasse los Konzentrier Dich nun ganz Darauf Deinen Körper Von den Füßen bis zum Kopf Wahrzunehmen Dazu richte schrittweise Von den Füßen rauf Bis zum Kopf Deine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit Auf die Körperteile Die ich benenne Und Stück für Stück Mehr und mehr Den ganzen Körper Integrierst Fange nun von den Füßen aus an In Deine Füße wahr Gleichzeitig Deine Beine Gleichzeitig Deine Hüfte Deinen Bauch Brustkorb und Rücken Mit Armen und Händen Deinen Hals Deinen Kopf Den kompletten Körper Bewusst wahrnehmen Und lasse Leichtigkeit zu Indem Du lächelst Sei glücklich und froh Deinen Körper Bewusst wahrzunehmen Bewusst zu spüren Wie Dein ganzer Körper Entspannt ist Und spüre einfach nach Und nichts mehr denken Nur fließen lassen Amidu Und atme nun tiefer in deinen Körper ein und aus. Atme bis tief in den Bauch ein und aus. Und schenke deinem Körper Sauerstoff, Luft, Energie und Leichtigkeit. Fühl dich glücklich. Und vollkommen im Hier und Jetzt. Und spüre gleichzeitig die Energie, die um deinen Körper herum ist. Wie dein Körper Wärme ausstrahlt. Wie dein Körper Licht ausstrahlt. Und du dich mit deiner Wahrnehmung ausgeweitet hast. Und du nimmst die Luft um dich herum wahr. Und erkenne, dass du mehr bist als nur dein Körper. Und du dich mit deiner Wahrheit. Und vielleicht bist du mit deinen Gedanken ganz weit weg. Vielleicht bist du auch dabei eingeschlafen. Aber das spielt keine Rolle, da dein Körper sich auch von alleine entspannen durfte. Komme nun langsam mehr und mehr zu Bewusstsein. Atme nun tiefer ein und aus. Bewege langsam deine Hände. Spüre langsam deine Finger. Reck und streck dich. Heb die Beine. Bewege die Füße. Atme tief ein und aus. Komme mehr und mehr zu Bewusstsein. Gehne und öffne die Augen und sei wieder vollkommen im Hier und Jetzt. Und du bist. Das war's.